So, da noch linksseitig von TGM, das Hochhaus, es ist eine Wegstraße, Kloster-Neuburger-Straße. Und dahinter, das Hochhaus, da weiss ich jetzt nicht genau, was das genau ist. Da muss ich auf die Karte noch schreien. Warten wir noch, bis die zwei da vorbeifahren. Ja, von da ist das Rest von der ursprünglichen Friedensbrücke zum Fahrt, was Stadtbahn war.